3G am Arbeitsplatz in der einheitlichen Form der Verordnung wird ab 1. November dieses Jahres gelten und bedeutet, dass man auch am Arbeitsplatz mit ganz wenigen Ausnahmen eines der 3Gs nachweisen muss, geimpft, genesen oder getestet, wobei sowohl ein Antigentest für einen Tag gelten wird oder ein PCR-Test für 72 Stunden. Das ist zumindest unser derzeitiger Wissensstand. Der Nachweis wird ganz einfach sein und eigentlich unbürokratisch. Wie auch immer man den Nachweis mit hat, mit Impfpass, mit einem Ausdruck der Impfbestätigung, mit dem grünen Pass am Handy oder der Testbestätigung. Alle diese Nachweise gelten natürlich. Wichtig ist, das muss man in der Firma mithaben. Wenn man es einmal vergisst, keine Tragödie. Das ganz Entscheidende und Essentielle ist, es muss eines dieser 3Gs vorliegen und man muss das nachweisen können, wenn man kontrolliert wird und sagt, ups, ich habe es vergessen. Entscheidend ist, dass man es zu Hause hat. Idealfall, man hat die Bestätigung auch wirklich mit. Arbeitgeberinnen haben die Verpflichtung, dass sie Stichproben ziehen. Wie sie das genau machen, ob beim Eingang, ob in der Betriebsküche, ob im Büro durch die Führungskräfte, wie auch immer. Man muss einzelne Kolleginnen kontrollieren und schauen, ob sie eine 3G-Bestätigung mithaben. Natürlich könnte auch die Behörde in den Betrieb kommen oder auf eine Baustelle kommen und sagen, wir wollen bitte Ihren 3G-Nachweis sehen. Ja, es ist ein Verwaltungsstrafdelikt. Das heißt, es könnte eine Strafe bis zu 500 Euro drohen. Das ist die Höchststrafe. Aber es wird natürlich auch Konflikte im Betrieb geben, wenn man es nicht einfach bloß vergessen hat, die Bestätigung mitzunehmen, sondern wirklich ungetestet, ungeimpft in die Firma kommt. Da wird es einfach Konflikte geben. Es ist nicht auszuschließen, aber ich muss sagen, nach unserer Beratungserfahrung der letzten eineinhalb Jahre, man kann die Fälle, wo es wirklich eskaliert und zu Beendigungen kommt, rund ums Thema Impfen, Testen, eigentlich an zwei Händen abzählen. Die arbeitenden Menschen, die Firmen, die wollen miteinander arbeiten und kooperieren, wollen miteinander auskommen. Und es hat diese Konflikte, trotz eigentlich flächendeckendem 3G, auch bisher nicht gegeben. Ja, Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, nach der Verordnung die Stichproben zu ziehen. Wenn es eine Kontrolle im Betrieb gibt oder wenn vielleicht auch jemand zu Schaden kommt, weil es einen Cluster gibt, dann sind auch Arbeitgeberinnen mit einer verwaltungsrechtlichen Strafe bis zu 3600 Euro bedroht. Tests sind in Österreich weiterhin kostenfrei. Das konnte im parlamentarischen Prozess noch einmal ganz deutlich sichergestellt werden. Und wichtig ist auch im Hinblick auf die kommende Wintertourismus-Saison, dass die Tests auch flächendeckend angeboten werden. Ja, da gibt es zwei diametral gegenüberstehende juristische Meinungen. Irgendwann wird das der oberste Gerichtshof klären. Das hilft uns im Moment im Arbeitsverhältnis gar nichts, weil wir wollen jetzt wissen, was gilt. Wir können da nur empfehlen, dass man vernünftige Lösungen findet. Es steht sich nicht dafür, den Konflikt zu führen. Arbeitgeberinnen werden sagen, sie haben auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Insofern ist es eher Privatvergnügen, wenn sie lieber den Test nehmen. Also machen sie das in der Freizeit. Arbeitnehmerinnen könnten sagen, es ist aber die Voraussetzung für meine berufliche Tätigkeit. Ich glaube, man muss da einen vernünftigen Weg finden, sich zu einigen. Homeoffice ist zu vereinbaren. Das bleibt ganz genau wie bisher und es gibt ja mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen, die überhaupt gar nicht Homeoffice machen können, weil es sich aufgrund der Tätigkeit nicht dafür eignet. Das heißt, Homeoffice ist immer zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin zu vereinbaren. In Österreich darf grundsätzlich überhaupt niemand zur Impfung gezwungen werden. Ganz sicher nicht im Arbeitsverhältnis. Wenn die Bundesregierung beschließen würde, dass sie das dem Parlament vorlegt, könnte das Parlament eine Impfpflicht einführen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wäre das durchaus grundrechtskonform. Denn wir haben Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu früheren Pflichtimpfungen. Das würde wahrscheinlich zulässig sein, aber es ist nach unserem Wissensstand in keiner Form geplant.